Willkommen zur Nachricht von Digitasol, zur LTE-Ausbau-Kritik. Mobilfunkanbieter kritisieren den LTE-Ausbau. LTE ist das Thema schlechthin, wenn es um mobiles Internet und Mobilfunk geht. Mobilfunkanbieter und Handyhersteller setzen auf diese neue Technik und möchten diese so schnell wie möglich gewinnbringend vermarkten. Doch nun wird Kritik laut, vor allem am Vorgehen der Bundesnetzagentur. Rund 10.000 Genehmigungen sind eingereicht, aber immer noch nicht bearbeitet. Allein Vodafone wartet auf die Genehmigungen von 4.700 Anträgen. Nun kam es schon zu einem Spitzentreffen zwischen dem Präsidium des Verbands der Anbieter der Telekommunikations- und Mehrwertdiensten mit der Spitze der Bundesnetzagentur in Bonn. Eigentlich liegt der Bundesnetzagentur eine Frist zur Bearbeitung der Anträge von 6 Wochen vor. In der Regel müssen Telekommunikationsanbieter aber 22 Wochen warten. In Deutschland wurden mittlerweile tausende Basisstationen installiert, die aber nicht in Betrieb genommen werden können. Telekom und Vodafone haben mittlerweile Millionen in den Ausbau investiert. Die Bundesregierung hatte bei der Versteigerung der Funkfrequenzen 4,4 Milliarden Euro kassiert. Obwohl die Bundesnetzagentur bereits Mitte August versprach, neue Mitarbeiter einzustellen und Anträge für besonders wichtige Stationen vorrangig zu bearbeiten, hat sich einen Monat später die Lage noch nicht wirklich verbessert. Der LTE-Ausbau in Deutschland hinterliegt immer noch großen Schwankungen. In Frankfurt sind schon 98 Prozent der Fläche ausgebaut. Berlin als Hauptstadt hinkt mit 38 Prozent noch stark hinterher. Die Telekom kündigte kürzlich an, bis Ende des Jahres 100 Städte ausgebaut zu haben. Ob das gelingen wird, steht angesichts der schlechten Lage der Bundesnetzagentur noch in den Sternen. Dabei setzt die Telekom natürlich stark auf die Vermarktung des neuen iPhone 5, das LTE unterstützen wird. Damit sind dann Geschwindigkeiten von maximal 100 Megabit pro Sekunde möglich.